Obenauf ist an einem besonderen Ort, nicht nur aufgrund der biologischen Wirtschaftsweise, sondern eben durch das neue Angebot von Obenauf nächtigen zu können und auch Produkte des Bauernhofes zu genießen. Ein Ort der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit. Und weil es ein Ort ist, wo diese Begegnung auf Rockenhöhe basiert. Menschen mit Behinderung arbeiten direkt für und mit den Kunden. Uns ist es wichtig, gemeinsam zu tun. Und so laden wir mit der Region Retzaland ein, um uns zu Gast zu sein. Es wäre schön, wenn Sie da sind.